Ein Aneurysma ist eine krankhafte Erweiterung einer Schlagader. Im menschlichen Körper ist am häufigsten davon die Bauchschlagader betroffen. Ab einer bestimmten Größe, dieser Erweiterung der Bauchschlagader, kann die Bauchschlagader platzen und man kann an dieser Erkrankung versterben. Kann man etwas dagegen tun? Ja, man kann etwas dagegen tun. Man kann sich vorher untersuchen lassen, ob man ein Bauchschlagader-Aneurysma hat. Dafür gibt es eine Ultraschalluntersuchung, die in einer einfachen Weise das Aneurysma darstellen kann und die Größe bestimmen kann. Die Ultraschalluntersuchung tut nicht weh, sie ist kostengünstig und sie ist nicht gefährlich und wird von den allermeisten Hausärzten auch angeboten. Wen betrifft das Bauchschlagader-Aneurysma? Es kann jeden Menschen betreffen, aber in erster Linie betrifft es Männer über 65 Jahre, vor allen Dingen dann, wenn sie in ihrer Vorgeschichte geraucht haben. Ein Aneurysma, wenn es eine bestimmte Größe erreicht hat, kann durch eine offene Operation, aber auch durch ein Stent-Verfahren ausgeschaltet werden. Hiermit kann man sicher das Platzen eines Bauchschlagader-Aneurysmas verhindern und damit diese lebensbedrohliche Erkrankung behandeln. Hiermit kann man sicherlich sein, dass ein Stent-Verfahren ausgeschaltet werden kann.